Hallo meine Freunde und Unbekannten, die zufällig auf dieses Video gekommen sind. Mein Name ist Laberto de Taube. Ich bin Profisportler und Fitnesstrainer. Ich mache die 30 Tage Fitness Challenge für einen flachen Bauch. Auch wenn ich das nicht nötig habe. Dabei werde ich euch etwas über Fitness erklären und euch zeigen. Wie diese Übungen funktionieren. Denn ihr könnt sie nicht. Und ich schon. Auch wenn ihr glaubt, ihr schafft es. Ihr schafft es nicht, muhahaha. Außer wenn ihr meinen Tricks folgt. Also fangen wir mit den ersten an. Achtet auf einen geraden Rücken. Dann hebt ihr die Füße an. Die Hände berühren den Kopf nicht. Passt gut auf. Sonst macht ihr alles falsch. Wie bei allen anderen auch. So los geht's. 1, 2, oh was ist denn das? Das sieht ja lecker aus. Wie geht das auf? Ich bin so dumm. Nein warte. Die Verpackung ist so dumm. Jetzt aber. So. Das schmeckt aber gut. Fantastisch. Ey oh. Ich meine natürlich 99. 100. Das wichtigste beim Training ist natürlich das Essen. Ich kann essen was ich will denn ich bin so fieb muhahaha. Ha 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 ha. So. Das war die erste Übung. Aber es gibt noch was anderes. Ich habe euch was mitgebracht. Ein Freund von mir hat ein super Trainingsgerät. Nein ich bin nicht schwul. Er hat sogar ein Video darüber gemacht. Ich hole es für euch. Oh was ist denn das? Wie ist dieser Vanillepudding in meine Hand gekommen? Also hier ist das Gerät. Er ist heute da durch Kletterer geworden. Diese Geräte sollten nicht vernachlässigt werden. Also genug geschwätzt. Jetzt seid ihr loser dran. Ich wünsche euch kein Erfolg. Nein warte. Wenn ihr meine Tipps befolgt dann schon. Es liegt an euch muhahaha. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.